Berlinale Talents, das ist für ganz viele Leute 250 Filmschaffende aus aller Welt, das stimmt auch. Die laden wir hier ein, dieses Jahr aus 81 Ländern und freuen uns darauf, dass sie hier nach Berlin kommen. Es ist aber auch ein sehr großes öffentliches Event in den How Hebel am Ufertheatern, 25 Veranstaltungen und 5 Screenings. Und diese Screenings sind uns ein ganz besonderes Anliegen. Da wiederholen wir nämlich Filme aus dem offiziellen Festivalprogramm, also auch aus dem Wettbewerb, aber sonst auch aus Panorama oder aus Generation. Und die Filme sind gemacht von Alumni, das sind ehemalige Teilnehmer von Berlinale Talents. Und die nochmal auf der Bühne zu haben, das schließt sich für viele auch im Kreis. Und da gibt es nochmal ganz intensive öffentliche Gespräche danach über die Art, wie der Film entstanden ist. Denn das ist das, worum es bei Talents geht. Wie sind eigentlich die Geheimnisse des Filmschaffens, das ist auch unser Thema dieses Jahr. Geheimnisse in natürlich der Art, wie die Filme entstehen, aber auch die Geheimnisse des Films selber. Also das, was so zwischen den Zeilen der Drehbücher liegt oder in der Tiefenschärfe der Bilder. Und dazu haben wir relativ viele prominente Gäste, würde ich auch sagen. Tolle Leute wie Gast von Sand oder wie Laf Dias, die zu uns kommen, der über ihre Filme und ihre Filmarbeit sprechen. Aber eben auch ganz, ganz viele aus den verschiedenen Gewerken. Auch prominente Leute, aber nicht so oft im Rampenlicht. Und da würde ich sagen, zum Beispiel bei den Kamerafrauen ist in der Mitte von Talents dieses Jahr ein ganz tolles H1-Panel ganz groß mit zwei der, würde ich sagen, größten Kamerafrauen, die wir so kennen. Nancy Schreiber aus den USA und Agnes Godard hier aus Europa. Und die beiden reden mal darüber, wie ist es eigentlich so, sich als Frau ja manchmal so ein bisschen durchzuschlagen in einem technischen Gewerk, aber natürlich auch durchzusetzen und hervorragende Arbeit zu machen. Diese Konsequenzen der Arbeit, dieses tiefere Hineingehen, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und das kann man bei uns, glaube ich, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen auch entdecken. Und denn wir glauben nicht so daran, dass man Herrschaftswissen halten muss oder dass man Dinge zurückhält, sondern Teilen und Beteiligung. Das ist das, was Berlinale Talents so als so ein Werklabor des Festivals versucht, immer auch praktisch zu praktizieren. Und wer damit dabei sein will, diese Geheimnisse quasi mit uns zu teilen, der ist herzlich eingeladen. Da ist viel Platz und wir freuen uns sehr auf ganz, ganz viele Besucher aus allen Ecken.